Ich erkläre die Formel V² ist 2AS und die benutzt man, wenn man mit einer konstanten Beschleunigung beschleunigt, also rote Ampel loslegen. Herleiten kann man sie aus A ist ΔV durch ΔT und S gleich 1 halb AT². Also wenn die beiden gegeben sind, dann kommt man auf die dritte. Relativ einfach. Ich löse das A ist V durch T nach T auf. Also mal T. T mal A gleich V. Bin für die Deltas zu faul und dividiert durch A. T gleich V durch A und das setze ich an der Stelle ein, bei dem anderen T. Bekomme dann, so jetzt ein bisschen Platz und dann geht es schön. So, dann bekomme ich, also ich hatte ja S gleich 1 halber T² eingesetzt. S gleich 1 halb A. V² durch A², da kürzt sich dann sowas weg. Und dann mache ich mal A mal 2, damit das 1 halb drüben ist. Und dann habe ich S mal 2 mal A gleich V². Schöner schreiben, V² ist 2AS. Die Geschwindigkeit zum Quadrat ist zweimal die Beschleunigung, mal die Strecke. Also wenn ich zum Beispiel mich interessiert, ich habe A gleich 2 Meter pro Sekunde Quadrat und eine Strecke von 50 Meter. Und jetzt möchte ich gerne wissen, welche Geschwindigkeit könnte ich denn erreichen, wenn ich da 50 Meter da beschleunige. Und dann habe ich, also V ist die Wurzel aus, zweimal diese 2 Meter durch Sekunde Quadrat mal 50 Meter eintippen in Taschenrechner und fertig.